Liebe Zuschauer, Sie sehen es schon, es gibt einiges an verschiedenen Schienen. Herr Dr. Gressmann, vielleicht kann man kurz ein paar Beispiele nennen und erklären, worum es sich dabei handelt. Ja, also es gibt verschiedenste zahnästliche Schienen, die klassische zahnästliche Aufbissschiene. Es gibt Schneicherschienen, es gibt kieferorthopädische Schienen und es gibt speziell angepasste orthopädische Schienen. Bleiben wir mal kurz bei diesem kieferorthopädischen Bereich, das sind immer die bunten Zahnspangen, die klassischen für Kinder. Genau, das sind klassische Kinderzahnspannen, die ab und zu auch im Erwachsenenbereich Verwendung finden. Und es gibt dann diese unsichtbare Schiene, das ist das System von Invisalign, die hauchdünn die Zähne sukzessiv nach und nach gerade stellt. Da braucht man mehrere davon. Genau, da bekommt der Patient so 20 bis 30 Paar im Ober- und Unterkiefer, wenn er die reinträgt, sind die unsichtbar, damit könnten sie auch moderieren. Und wie von Geisterhand stellen sich dann die Zähne über viele Monate, zwei, drei Jahre dahin, wo es der Kieferorthopäde vorher geplant hat. Daneben sehen wir noch ein anderes Modell, auch durchsichtig. Was ist das? Das ist die klassische zahnästliche Aufbissschiene. Das ist eine tiefgezogene Folie, die über das Gipsmodell des Patienten tiefgezogen wird und die einfach ein nächtlicher Schutz ist, damit der Patient, wenn er nachts seinen Stress durch Beißen und Knirschen abarbeitet, diese Schiene abkaut und nicht die Zähne schädigt. Da gibt es von der Krankenkasse alle ein Jahr plus einen Tag kostenfrei eine neue, sodass man einfach die Zähne oder auch die Keramikrestaurationen des Patienten gut schützen kann. Und die hat nichts mit der Zahnstellung an sich zu tun. Jetzt haben wir hier das andere Modell, diese orthopädisch angepasste Aufbissschiene. Die sieht ja rein optisch gesehen ähnlich aus, aber die hat eine ganz andere Verwendung. Genau. Die orthopädisch angepasste Schiene kommt zum Tragen, wenn der Patient, der zu uns kommt, über starke Kopf- oder Rückenschmerzen klagt, wir eine Kiefergelenksfehlstellung sehen und der Orthopäde oder Osteopath dann heraus tastet, dass diese Kiefergelenksfehlstellungen zu aufsteigenden Ketten in Form von Kopfschmerzen, Schädelfehlern, migräneartigen Kopfschmerzen führt oder zu absteigenden Ketten führt, wo die Kiefergelenke dann einen negativen Einfluss auf die Wirbelsäule, aufs Becken, auf die Hüfte, auf die Knie oder gar die Füße nehmen. Genau. Und Sie haben es gerade angesprochen, der Orthopäde muss dabei sein. Warum ist das so wichtig, dass Sie und der Orthopäde gleichzeitig am Patienten arbeiten? Der Patient liegt auf dem Rücken, weil das die einzig reproduzierbare Position ist, sonst kann er so stehen oder so stehen. Und der Orthopäde tastet an den Halswirbelkörpern, dass nach oben und unten möglichst wenig dieser verursachenden Ketten, die vom Kiefergelenk ausgehen, ausstrahlen. Und der Zahnarzt, also ich schaue, dass wir möglichst nahe an der Position bleiben, wo der Patient früher war. Ja, meistens sind die Kiefergelenke in der Kompression und der Patient braucht einfach Höhe, weil er sich seine Zähne abgekaut hat oder der Zahnersatz zu niedrig gefertigt wurde. Wir sehen es im Bild, Sie arbeiten mit dem Dr. Kam Junke zusammen, der auch osteopathisch arbeitet. Ja, der Dr. Kam Junke ist ein Amerika-ausgebildeter Osteopath mit sehr, sehr tiefen osteopathischen Kenntnissen, der in Deutschland bei der Deutschen Ärztegesellschaft für Osteopathie nur die Osteopathen schult, die schon als ganze Examen haben, also Post-Grade obendrauf. Wir haben hier ein Beispiel von, glaube ich, einer jungen Patientin, wo das ganz anschaulich nochmal dargestellt wird, wie diese Schiene wird. Vielleicht können Sie dazu kurz noch was sagen. Also es ist eine 17-jährige Patientin, die kommt südlich von Bayreuth und die hat im Internet recherchiert, weil im Laufe ihrer kieferorthopädischen Therapie ihr Kiefergelenksknacken immer mehr wurde, dass sie auch beim Essentraff angesprochen wurde. Das hat gerieben im Kiefergelenk. Sie hat Kopfschmerzen gehabt morgens, wenn sie aufgewacht ist und tagsüber wurden die Verspannungen in der Wirbelsäule bei der Gymnasiastin immer schlechter. Sie kam zu uns in dieser Bisslage, sieht eigentlich ganz nett aus, war aber eine Zwangsbisslage, wo der Unterkiefer nach hinten unten in die Kompression gepresst wurde. Nach 10 Wochen Therapie mit so einer orthopädisch angepassten Aufbissschiene, durchsichtig, fast unsichtbar im Unterkiefer, als behelfsmäßiger Aufbiss, hat der Patient jetzt diese Bisslage. Wenn man beides vergleicht, sieht man, dass der Unterkiefer hier viel weiter vorne ist, also aus seiner Kompression, aus seiner Zwangsbisslage genommen und in dem Zustand war die Patientin frei von Kopfschmerzen und auch frei von Beschwerden der oberen Wirbelsäule. Jetzt haben wir aber natürlich wieder eine Kieferfehlstellung. Ja, wir haben jetzt die Kieferfehlstellung. Wichtig ist aber, dass der Patient in einem stabilen orthopädischen System ist, weil die Wirbelsäule muss zum Beispiel diese Patientin vielleicht noch 80 Jahre auf der Erde herumtragen und die Kiefer und die Zähne kann nicht richten, die Wirbelsäule muss harmonisch sein. Dumm ist es nur, dass bei der ersten kieferorthopädischen Behandlung da zu wenig darauf geachtet wurde. Das heißt, an jedem Zahn hängt sprichwörtlich der ganze Mensch, die ganzen orthopädischen Strukturen. Heißt, durch die Korrektur mit dieser Aufbissschiene hat man auch sportlich den einen oder anderen positiven Effekt. Klar. Wie schon gesagt, in dieser Zwangsbissführung ist die Muskulatur verspannt, die Wirbelsäule verdreht. Wenn ich das an diesem Kinderspielzeugmodell demonstrieren darf, sieht es also zum Beispiel so aus. Und im Laufe der Veränderungen der Aufbissschiene, wie bei dieser jungen Dame, über zehn Wochen geht die Muskulatur in einen entspannten Zustand. Und die Muskulatur ist halt in einem entspannten Zustand viel leistungsfähiger, als wenn sie verspannt und verdreht ist. Ja, liebe Zuschauer, Sie sehen es also. Schiene ist durchaus nicht gleich Schiene. Und an dieser Stelle seid da auch nochmal auf unsere Mediatheken gewiesen. TVO.de, da gibt es die Rubrik Zahnarzt-Sprechstunde. Und da wird dieses Thema vertieft auch nochmal erklärt. Unter anderem natürlich neben vielen anderen zahnärztlichen Themen. Insofern vielen Dank, Herr Dr. Gressmann. Sehr gerne. Und damit zurück ins Studio.